Musik Noch aber ist ihre Regentschaft nicht wirklich sicher. Um den russischen Adel in ihrem riesigen Reich an sich zu binden, bestätigt sie die Rechte der Gutsherren auf leibeigene Bauern, zu ihrem Machterhalt und obwohl sie die Leibeigenschaft ablehnt. Für das Volk aber verfasst sie blumige Manifeste, in denen sie sich als Mutter und Beschützerin Russlands feiert. Grigori Orlov, der ihr zur Macht verhalf, ist in den nächsten zwölf Jahren der Mann an Katharinas Seite. Sie ernennt ihn zum General und Befehlshaber der Artillerie. Doch Teilhaben an ihrer halb gottartigen Macht wird er nicht. Wird keiner ihrer Männer. Katharina regierte allein. Sie war nie eine Marionette in den Händen ihrer Günstlinge, das ist eindeutig. Er war natürlich ein Macho, klar. Von den fünf Brüdern Orlov war er der Schönste. Er hatte einen guten Körperbau, er war groß. Er hatte all das, was eine Frau anzieht. Aber er hatte auch diese persönliche Tapferkeit. Nun ja, in diesem Fall war er ihr Instrument. Katharina konnte den Wert eines Mannes gut einschätzen und ihn an der richtigen Stelle platzieren. Das war ihre Stärke. So auch ihren Ex-Liebhaber, den polnischen Fürsten Stanislaw Poniatowski. Katharina will ihn in Polen zum König machen und so ihren Einfluss ausdehnen. Doch für Poniatowski ist Katharina immer noch seine große Liebe. Ich wäre tausendmal lieber, Gesandter in ihrer Nähe, als hier König. Doch sie befiehlt ihm, in Polen zu bleiben. Lässt dann Truppen einmarschieren und ihn am 24. November 1764 in Warschau zum König wählen. Damit wiederum beleidigt sie Orlov, der lamentiert. Poniatowski hat ein Königreich bekommen und ich, Orlov, werde gerade mal in den Grafenstand erhoben. Um sich seine Bedeutung zu beweisen, fängt er an, Katharina zu betrügen. Andererseits will er zeigen, dass er mehr ist als ein Weiberheld. Als 1771 die Pest in Moskau wütet, organisiert er erfolgreich den Kampf gegen die Seuche. Daraufhin ist Rina Orlov zum Chef der Einwanderungsbehörde. Die ist Teil ihres Entwicklungsprogramms. Die Zarin will, wie ihr großes Vorbild Peter der Große, das rückständige Russland zu einem modernen europäischen Staat machen. Schon 1764 hat sie mit dem Smolny-Institut in St. Petersburg bürgerlichen Mädchen Zugang zu höherer Bildung verschafft. Sie gründet Akademien. Ihr liegt viel daran, als Regentin mit kulturellem Fortschritt zu glänzen. Mit der Eremitage stiftet sie eine Bildersammlung und schmückt sie mit den wertvollen Gemälden italienischer und holländischer Meister. Sie korrespondiert mit den großen europäischen Philosophen. Allein mit Voltaire wechselt sie mehr als 800 Briefe. Stolz berichtet sie ihm 1769 über ihre wolgerdeutschen Einwanderer. Dass meine schöne Kolonie Saratov auf 27.000 Seelen angewachsen ist. Den französischen Philosophen Denis Diderot kann sie sogar überreden, nach Petersburg zu kommen, um mit ihr Reformen zu diskutieren. Im Umgang mit den europäischen Geistesgrößen gibt sich die Zarin fortschrittlich. Doch das Volk in Katharinas Russland leidet unter geradezu mittelalterlichen Lebensverhältnissen und Gesetzen. Als Diderot das erkennt, ist er empört. Sie erklärt ihm ihre Zwänge so. Mit all ihren hohen Prinzipien, die ich wohl verstehe, macht man schöne Bücher, aber schlechte Arbeit. Ich aber arbeite auf Menschenhaut. Und die ist ganz unvergleichbar reizbarer und kitzliger. Diderot nennt Katharina später die Seele von Brutus im Körper der Kleopatra. Katharina genießt den geistigen Austausch mit Männern genauso wie Lustgefühle und Liebe. Aber die Spielregeln bestimmt sie. Das bekommt auch Grigori Orloff zu spüren. Dass er sie ständig betrügt, hat sie toleriert. Doch als er auch noch beginnt, ihre politischen Entscheidungen zu torpedieren, überspannt er den Boden. Seine Zeit ist vorbei. Er wird großzügig abgefunden. Niemals wird sich Katharina einen Mann durch Knauserigkeit zum Feind machen. 1773 stehen Katharinas Truppen im Krieg gegen die Türken. In den vergangenen zehn Jahren hat die Zaren Russland im Süden bis ans Schwarze Meer ausgedehnt. In den Türkenkriegen zeichnet sich Grigori Patjomkin durch große Tapferkeit aus. Katharina hat den Offizier im Auge behalten, seit er ihr bei ihrem Staatsstreich aufgefallen war. Damals war er Leutnant bei der Zarengarde. Nun erhält Patjomkin einen Brief der Zaren. Da ich darauf bedacht bin, mir tapfere und intelligente Männer zu erhalten, bitte ich sie, sich keiner Gefahr auszusetzen. Immer ihre sehr wohlwollende Katharina. Drei Monate später ist Patjomkin offiziell der neue Favorit der Zaren. Patjomkin gibt ihr die Zärtlichkeit und Verehrung, die sie so lange vermisst hat. Sie gesteht ihm, Ich liebe dich. Mehr als mich selbst. Doch er macht sich auch auf anderen Gebieten nützlich. 1774 erschüttert ein gewaltiger Kosakenaufstand Katharinas Herrschaft. Unter Führung des Atamans Pugatschow kämpfen Bauern um ihre Freiheit und einen eigenen Staat. Patjomkin kann den Aufstand niederschlagen. Pugatschow wird in Moskau hingewiesen. Mit diesem Erfolg hat Patjomkin seine Feuertaufe als Militärexperte bestanden. Katharina macht ihn zum Kriegsminister. Die Beziehung zu ihm ist die Ängste, die sie in ihrem Leben hat. Seit wenigen Jahren ist sehr wahrscheinlich geworden, was früher nur vermutet worden war, dass im Juni 1774 Katharina und Patjomkin geheiratet haben. Und diese Heirat aber praktisch geheim geblieben ist. Trotz der romantischen Heirat, die Liebe der beiden dauert nur etwas mehr als zwei Jahre. Dann ziehen in Katharinas Gemächer immer jüngere Favoriten ein. Jedermann erwartet, dass Patjomkin in Ungnade fällt. Doch im Gegenteil, er bleibt ihr engster Berater und sucht Katharina sogar die Liebhaber aus. Patjomkin und Katharina ähneln sich in ihrer Kühnheit, ihren Ansprüchen ans Leben, ihren Weltmachtfantasien. Patjomkin schmiedet Pläne für den Süden Russlands. Er liebt das Land, das er während der Türkenkriege kennengelernt und miterobert hat. Der Kriegsminister will Russland zur Seemacht machen. Dafür baut er Sevastopol auf der Krim zum modernen Flottenstützpunkt aus, um über das türkische Istanbul den Zugang zum Mittelmeer zu erzwingen. Unter Katharina und Patjomkin steigt Russland zur Weltmacht auf. Doch das Volk lebt immer noch wie im Mittelalter. Patjomkins Gegner behaupten, er täusche viele seiner Erfolge nur geschickt vor. Der Begriff der Patjomkinschen Dörfer wird geboren. 1787, Katharina ist inzwischen 58 Jahre alt, bereist sie ihre neuen Ländereien. Sie hat als Herrscherin ihren Anspruch verwirklicht, den sie ein Vierteljahrhundert zuvor erklärt hatte. Eine russische Zarin muss als absolute Alleinherrscherin handeln. Nur so kann man ein so riesiges Reich regieren. Doch ihr Erfolg hat viele Verbündete misstrauisch gemacht. Österreichs Kaiser Josef II. urteilt, sie ist sich selber zum Götzenbild geworden. Hass erfüllte Propaganda schlägt der Monarchin aus Frankreich und England entgegen. Sie hat mit ihren militärischen Erfolgen deren Interessen gefährdet und vor allem vehement die französische Revolution kritisiert und bekämpft. Das rächt sich. Alle erdenklichen sexuellen Abnormitäten bis hin zur Sodomie werden ihr in Karikaturen und Schmähschriften angedichtet. Einer ihrer Biografen schrieb, dass Katharina eine Art Sexsymbol jener Zeit war. Und es erregte ganz Europa, dass Russland, ein riesiges Land, das den Europäern in hohem Maße unergründlich schien, 34 Jahre lang von einer Frau, einer Ausländerin, einer Deutschen, regiert wurde. All die Geschichten und Legenden um Katharina jedoch erhöhen noch ihren Mythos. Und sie hat längst beschlossen, keine Rücksicht mehr auf ihren Ruf zu nehmen. Platon Zubov, ihren neuen Liebhaber, hat Patjomkin nicht mehr ausgewählt. Sein Stern ist im Sinken. Und er erkennt das schnell. Mit dem jugendlichen Intriganten Zubov verändert sich die Atmosphäre am Zarenhof. Die Götterdämmerung der großen Katharina beginnt. Platon Zubov, Gardeleutnant, ihr letzter Liebhaber, könnte ihr Sohn sein. Katharina schwärmt. Ich bin ins Leben zurückgekehrt, wie eine Fliege, die in der Kälte ganz starr geworden war. Wenig später erreicht sie die Nachricht vom Tod Patjomkins. Katharina wird müde. Mehr und mehr verliert sie Urteilsfähigkeit und Souveränität. Krankheit und Alter zeichnen sie. Ein schweres Nierenleiden schwemmt die einst schlanke Katharina auf. In ihren letzten Lebensjahren agiert die Zaren immer konservativer. Nur noch auf Machterhalt bedacht unterdrückt sie alle progressiven freiheitlichen Bestrebungen in Russland. Sie vollendet ihre Memoiren, penibel darauf bedacht, ihre Rolle in der Weltpolitik und alle ihre Fähigkeiten gebührend darzustellen. Als wahre Patriotin und Alleinherrscherin. Voller Stolz für jede Aufgabe, den richtigen Mann gefunden zu haben. Am 17. November 1796 stirbt Katharina die Große im Alter von 67 Jahren. In der Zarengruft der Peter- und Paul-Kathedrale zu St. Petersburg wird die einstige Prinzessin aus Zerbst zur letzten Ruhe gebettet.